So, guten Morgen, willkommen zu einem kleinen Oster-Special, weil es Ostern ist, ja. Pfff! Nein, ich mach Specials, auch wenn kein Ostern ist. Zu Ostern. Äh. Ja. Egal. Das ist ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob ich den Download noch hab, ich muss mal schauen, ob ich den wieder find. Super Chuck Norris, Bruder, yeah. Ich glaube, jeder weiß jetzt, was ungefähr kommen wird. Ja, 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 auf alle. Ja, es ist halt in Wirklichkeit, was Super Mario, Bruder ist, Super Chuck Norris, Bruder. Und, ja, bla bla bla. Leider auch nie fertig geworden, oder nie fertig gemacht worden, weil der Entwickler irgendwann keine Lust mehr hatte. So, und, äh. Hallo? Achso. Return war's. Ich drücke Leertaste, du. Ja, und wir spielen Chuck Norris. Yeah. Brauch keine Schock. Brauch's. Ich nix deutsch, wo ist. So, was hat das jetzt mit Ostern zu tun? Gar nichts. Deswegen spiel ich ja. Ja, hoho. Yeah. Und wir haben ne Kettensäge. Das ist wie in Doom, nur in... Besser, wir können hier auch lustig jumpen. Und die Wolken zersägen. Und die Hügel und... Die Wolken haben keine Gesichter, das überhaupt nicht. Das ist scheiße. Wolken sollten Gesichter haben. Und wir können's halt immer nur einmal machen. Egal. Und jumpen. Yeah, wir brauchen keine Stars. Wir brauchen Flumschauer, mit denen wir die Wolken anzitten können. Warum auch immer. Wir können's... Äh, wir sind Chuck Norris. Wir können alles. Wir können auf Gegner drauf springen. Egal. Wir haben auch ne schöne Anzeige, die ich jetzt nur teilweise lesen kann, weil die Frame-Anzeige immer wieder oben links alles blockiert. Das war da hinten noch irgendeine Wolke, die ich kaputt schießen konnte. Und, Moment, da hat man die Waffen gewechselt. Und jetzt denken wir doch alles kaputt, weil ich's kann. Ja, da muss man immer wieder drücken. Ach, ist doch so. Schade, dass man den Boden nicht noch kaputt machen kann, aber... Deswegen ist das halt nie fertig. Mann, was sind das denn für Grafikfehler? Äh. Moment. Ja, keine Ahnung, was das jetzt für komische Grafikfehler sind. Ich hab sie halt. Man kann auch nur irgendwo... Moment, wo... Wo waren die Granaten jetzt? Äh. You fail, honk. Tolles Special-Honk. Echt toll. Bist du blöd zum Scheißen. Wo waren die Kack-Granaten? Oh. Was war das jetzt? Da, ich drück noch mal die Tasten. Jawohl. Weil's so schön war. Nochmal. Ich weiß doch, ihr wollt das Stadtbildschirm sehen. Ich sollte das Spiel langsam mal durchspielen. Äh. Z war's. Genau. Stirb. Das sind alle Feuerwolke. Gott, wie gern würde ich das mal in Mario machen können. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ach. Ach. Ach, die machst du gleich noch mal, weil's so schön war. Geil, wir haben noch ein paar Granaten. Also, für den Fall, dass noch jemand nicht bemerkt hat, wir können nicht sterben. Was auch total logisch ist. Aber jetzt Schackner ist es. Wir können nicht sterben. Wir haben auch einen coolen Hut auf. Ja. Und tschüss. Ja. Das war Level 1 von 1. Und so ne Kackburg hier. Damit es steht noch so viel. Egal. Das war das Spiel. Mein Oster-Special. Ursprünglich wolle ich ja Molo City von Realtroll spielen, aber das hat sich dann als zu lange herausgestellt. Also ich hab angefangen aufzunehmen, aber nach über einer Stunde dann hab ich gedacht, nee, das lädste auch nicht so schnell mal hoch und so. Deswegen das jetzt. Freut euch. Das ist ein Befehl. Egal. Das war's. Auf Wiedersehen.